Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot oder Schrott. Das ist ja meine neue Serie, die ich eingeführt habe. Ich habe da schon einen ersten Teil gedreht. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch den gerne hier oben. Schaut da gerne vorbei. Und heute im zweiten Teil testen wir eine Zahnbürste. Ja, das hier ist eine Zahnbürste. Das habt ihr euch auch auf Instagram gewünscht. Da lasse ich euch ja immer abstimmen, was ihr als nächstes Video sehen wollt. Und da hat definitiv Hot oder Schrott gewonnen. Und deswegen erkläre ich euch jetzt erstmal, was das für eine Zahnbürste ist, was die kann, was die machen soll und wo man die herbekommt, wie viel die kostet und so weiter. Zwischeninfo, bevor das Video losgeht. Ich wollte eigentlich euch abstimmen lassen, was am Freitag oder Sonntag für ein Video kommt. Aber ich habe so viele Vlogs jetzt gedreht und die sind richtig, richtig lang geworden. Ich habe euch mit in DM genommen, in Lidl. Da mit meiner Mutter waren wir Blumen kaufen. Da habe ich euch komplett mitgenommen. Und auch einfach über den Tag. Und das sind wirklich zwei Vlogs entstanden. Der eine ist 20 Minuten lang, der andere ist jetzt schon über 25 Minuten lang. Und deswegen würde ich gerne heute dann, so gesagt, das Hot oder Schrott, also heute ist Donnerstag, heute ist Donnerstag, Hot oder Schrott, morgen einen Vlog, am Samstag einen Vlog. Und mal gucken, ob ich dann am Sonntag auch noch ein Video hochlade. Also es wird jetzt täglich ein Video kommen. Deswegen klickt gerne unten auch auf die Glocke. Dann seht ihr immer oder werdet immer benachrichtigt, wenn Videos von mir kommen. Wenn nicht, wie gesagt, guckt die nächsten Tage gerne auf meinem Vlog vorbei. Da wird, wie gesagt, jetzt bis Ende der Woche jeden Tag ein Video online kommen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und dann fangen wir jetzt auf jeden Fall an mit dem Video. Zuallererst muss ich sagen, dass ich diese Zahnbürste hier kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das heißt, ich werde nicht für das Video bezahlt und kriege auch nicht gesagt, was ich hier sagen soll. Sondern ich habe einfach nur das Produkt kostenlos zugesendet bekommen, um es zu testen. Um euch dann zu sagen, wie ich es finde. Ich weiß nicht, ob man hier Werbung dann einblenden muss. Ich schreibe jetzt einfach hier oben Werbung rein, einfach um mich abzusichern. Aber wie gesagt, ich habe nur das Produkt kostenlos bekommen und nicht so gesagt das Video bezahlt bekommen. Denn diese Zahnbürste bekommt ihr bei Amazon und ihr bezahlt dafür 157 Euro. Ja, das ist schon sehr viel. Es ist zur Zeit auch auf 127 Euro reduziert. 127 Euro finde ich immer noch sehr, sehr teuer für eine Zahnbürste. Wie gesagt, ihr bekommt die so in dem Packaging. Dann macht ihr die auf. Und dann habt ihr eben ein paar Sachen hier drin. Denn ihr habt zum Beispiel, also das kommt hier auch geteilt, also ihr habt zweimal so Aufsätze. Das heißt, ihr könnt einen für euch nehmen und einen für euren Freund oder für das Kind oder keine Ahnung. Also ihr habt auf jeden Fall verschiedene Aufsätze drauf. Dann habt ihr eine Ladestation. Die könnt ihr so gesagt an eurem PC anklemmen. Also ihr habt hier ein Kabel. Und dann könnt ihr einfach nur das Gerät so gesagt hier drauf stellen. Und dann lädt das automatisch seine Batterie wieder auf. Das finde ich schon mal ganz cool. Und ihr könntet jetzt zum Beispiel auch diese Mundstücke da drauf setzen. Und so könntet ihr euch das dann ins Bad stellen oder irgendwo hinstellen. Denn ich muss sagen, ich finde es halt auch ein bisschen blöd, dass es jetzt keine Steckdose hat. Ich meine, klar, wir sind in einem Zeitalter von Laptop und so weiter. Aber ich meine, ich stelle ja nicht meine Zahnbürste neben meinem PC. Also das ist schon mal das Erste, wo ich sage, was ich sehr komisch fand. Ja, dann kam das Produkt an. Ich habe ja, wie gesagt, mit dem Unternehmen geschrieben. Habe gemeint, dass ich das, wie gesagt, für dieses Video hier gerne testen würde. Und ob sie mir das, wie gesagt, zusenden. Da meinten sie, ja, bestellen Sie es sich, bla bla. Und dann kam das Produkt eben so an. Ich habe dann getestet und mal geguckt, wie funktioniert es überhaupt. Ihr drückt, wie gesagt, dann hier unten diesen Knopf. Und dann fängt die eben an, so zu vibrieren. Denn das technisch, oder was hieran, ja, die Technik sein soll, ist ja, dass ihr innerhalb von 15 Sekunden eure kompletten Zähne geputzt haben sollt. Also nicht nur, dass es geht ja so über Ultraschall. Also nicht nur, dass es jetzt cool aussieht und dass ihr so ein Rundstück habt. Sondern, dass ihr auch innerhalb von 15 Sekunden fertig seid mit dem Zähneputzen. In der einen Anleitung steht, dass man das zwei-, dreimal wiederholen soll. Das heißt, schlussendlich sind wir bei 45 Sekunden, aber es ist dennoch kürzer, als wenn ihr euch normalerweise die Zähne putzen würdet. Genau, das war auf jeden Fall so ein Ding, wie ich gesagt habe, das finde ich ganz cool. Ihr müsst nur noch 45 Sekunden eure Zähne putzen. Ihr habt dieses Mundstück, steckt es rein. Denn ihr könnt es hier, ich hoffe, ich mache jetzt hier keine Sauerei, das Teil hier aufmachen. Es geht ein bisschen schwerer. Ich gucke jetzt mal, dass ich es aufkriege. Also das ist auch nicht einfach aufzubekommen hier. Denn ihr müsst es hier so aufdrücken. Und ich habe Fingernägel, ne? Also ein Mann wird da wahrscheinlich gedust. So, genau. Also ihr macht das hier auf. Und dann habt ihr hier was zum Einfüllen. So, und da kamen wir dann schon zum ersten Problem. So kam das Set. Und ich dachte, ich kann Zähne putzen damit. Ja, ihr braucht aber flüssige Zahnpasta. Das heißt, die ist natürlich komplett flüssig. Und die füllt ihr dann eben dort ein, dass eben aus dem Mundstück dann überhaupt was rauskommen kann. Ich habe dann die Firma angeschrieben, weil ihr könnt auf Amazon auch die flüssige Zahnpasta bestellen. Aber da kostet eine Tube 18 Euro. Und das finde ich halt echt, echt happig. Und dann meinte er, ich kann auch Mundspülung reinmachen. Ich habe mir zwar gedacht, so wirklich mit Mundspülung meine Zähne putzen, so komplett möchte ich eigentlich nicht. Aber es ging ja eigentlich darum, dass ich es erstmal teste, ob es überhaupt funktioniert. Und er meinte, mit Mundspülung würde das auch funktionieren, weil es ist ja auch flüssig. Also habe ich da Mundspülung rein und habe das probiert. Und sorry Leute, es funktioniert nicht. Mein Freund hat da bestimmt zwei Stunden lang rumgetüftelt. Und wir haben geguckt, was denn daran ja einfach nicht funktioniert. Das saugt ja dann so gesagt diese Mundspülung an. Und das kommt dann hier normalerweise aus dieser Düse raus. Und da steckt ihr ja, wie gesagt, euer Mundstück hier rein. Und dann kommt ja da eigentlich Schaum oder was auch immer raus. Da kommt aber nichts raus. Und wir haben wie gesagt geguckt, das kann überhaupt nicht funktionieren. Und dann sift das Teil, das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil es ist ja dann flüssig. Und wenn es das ja ansaugt, dann saugt es das halt raus. Und wenn man dann das Produkt aufmacht, dann kommt diese ganze Suppe da raus. Auch wenn man es stehen lässt, ist uns jetzt im Bad aufgefallen, dass es komplett rausläuft. Also ich bin gar nicht begeistert von diesem Produkt. Es gibt bestimmt andere Firmen, wo das funktioniert. Aber dieses Produkt kann ich euch definitiv nicht empfehlen. Ich glaube nicht, dass ich ein Montagsprodukt erwischt habe. Also ich könnte natürlich nochmal die Firma anschreiben und ihnen sagen, hey, das funktioniert nicht. Aber wenn er mir ja sagt, es funktioniert mit Mundspülung auch, dann sollte es ja funktionieren. Und ich habe auch geguckt, ob ich Wasser mit Zahnpasta so ein bisschen mischen kann, um so eine flüssige Konsistenz zu haben. Das hat alles nicht funktioniert. Und es kommt manchmal was raus, aber das muss ich sagen, ist definitiv nicht genug, um sich die Zähne zu putzen. Und das vibriert ja nur. Das vibriert ja nicht stark. Also das hier, also diese Borsten, die vibrieren ja nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Die vibrieren ganz, ganz leicht. Aber das eigentliche Ding vibriert ja hier. Wisst ihr, wie ich meine? Also da vibriert ja nichts hier und es, ja keine Ahnung, bewegt sich jetzt in eurem Mund, dass es irgendwie putzt. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich glaube nicht, dass das wirklich die Zähne putzt. Und ich weiß nicht, ob das andere Produkt, weil es ist ja eine Nachmache von einem Original, so gesagt. Aber wie gesagt, für 160 Euro erwarte ich schon, dass so ein Ding funktioniert. Und das tut es halt einfach nicht. Und wenn ihr euch das bestellen würdet für 160 Euro, finde ich das einfach eine Frechheit. Und dann, wie gesagt, noch die 18 Euro Zahnspülung oder Zahnpasta. Und es funktioniert da nicht. Also nee, leider ist es Schrott. Wie gesagt, wir haben es probiert, irgendwie zu reparieren, hinzukriegen. Es verstopft auch noch einmal. Also wie gesagt, einmal kam was raus. Dann haben wir gemerkt, es ist verstopft. Dann haben wir es wieder frei gemacht, haben es wieder probiert. Dann kam ein bisschen was raus. Also wir haben, wie gesagt, auch rumgetüftelt und geguckt, an was es liegt. Und es hat dann einfach irgendwann nur noch total gesifft. Und unsere ganzen Hände haben geklebt. Alles war einfach nur klebrig, weil Zahnpasta klebt natürlich auch oder Mundspülung. Also, nee Leute, sorry, so sehr ihr euch darauf gefreut habt. Ich finde es erstens zu teuer. Zweitens kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Dass man sich damit wirklich die Zähne putzen kann. Und man hat zwar bei einer Sendung gesehen, dass es funktionieren kann. Dass die so ein bisschen sauber werden oder dass die sauber werden. Aber mit diesem Teil auf jeden Fall nicht. Deswegen braucht ihr es nicht bestellen. Ich verlinke es euch natürlich dennoch unten in der Infobox. Ihr könnt es euch gerne mal anschauen. Aber für mich leider nein. Und an sich, wie gesagt, ein cooles Produkt. Es wäre natürlich cool, wenn wir irgendwann einfach nur so ein Mundteil reinstecken, anmachen. Schon 30 Sekunden und schon haben wir unsere Zähne geputzt. Weil wir sind alle natürlich oder ich bin auf jeden Fall sehr faul. Und hätte mich gefreut, wenn ich mir so gesagt das Fünftel davon gespart hätte. Gerade als Mama wäre das super gewesen. Aber wie gesagt, es hat leider nicht funktioniert. Finde ich sehr, sehr schade. Und ich habe euch ja schon gesagt, dass ihr mich gerne auf Instagram auf Produkte verlinken könnt. Die ich in dieser Serie hier testen soll. Ich habe auch schon ein neues Produkt, das ich so gesagt bald bekomme, um es zu testen. Und zwar von Instagram auch sieht man immer eine Werbung mit dieser schwarzen Zahnpasta. Oder mit diesem schwarzen Pulver. Womit man sich die Zähne putzen kann und das sofort die Zähne super, super weiß machen soll. Das werden wir auf jeden Fall testen. Ich habe auch sehr empfindliche Zähne. Deswegen müssen wir mal schauen, ob ich danach Zahnschmerzen habe oder nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Und dann, wie gesagt, hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Und es war informativ für euch. Wenn ihr noch Fragen zu der Zahnbürste habt, schreibt sie gerne unten in die Infobox. Dann beantworte ich die euch natürlich gerne. Schaut gerne am ersten Teil vorbei. Natürlich auch bei meinen letzten Videos. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wie gesagt, verlinkt mich gerne auf Instagram. Da würde ich mich auch sehr freuen. Einfach weil ich natürlich auch alles testen möchte. Ihr könnt mir natürlich auch andere Dinge schicken. Also es muss nicht Beauty-mäßig sein oder so. Es kann auch, wie gesagt, irgendwas Technisches sein. Oder was heißt Technisches? Oder irgendwas, was euch einfach einfällt. Was ihr seht, was ihr euch immer gedacht habt. Funktioniert das? Das würde ich gerne für euch dann testen. Also wie gesagt, verlinkt mich gerne. Mein Instagram-Name steht unten in der Infobox. Falls ihr mich da noch nicht verfolgt, könnt ihr da gerne, wie gesagt, vorbeigucken. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!